Und wie gesagt, ein Wagen, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums in Sinsheim gehört. Da wollen wir uns ganz herzlich bedanken für das ganze Engagement und Ihnen ganz viel Spaß wünschen mit dem Auto. Und wie gesagt, ein Wagen, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums. Und wie gesagt, ein Wagen, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums. Und wie gesagt, ein Wagen, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums. Und wie gesagt, wir haben es sehr gut, wie das Veranstaltung ausgemacht war. Wir haben ja auch schon ein Wagen, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums, der hier noch zu den Pern des Technikmuseums. Ok Ich hab die Form ansehen. Also, die gibt es ja nicht mehr. Die gibt es ja nicht mehr. Ist okay. Schön. Bis zum nächsten Mal. So, ich sag's Ihnen, der Fahrer ist hier eigentlich eine Besonderheit. Ich sehe, wir sind ein Auto schon an, was hier eigentlich ist. Heimo, erst mal herrlich willkommen, Heimo Schäfer, wenn wir uns abgesehen, steht da noch ein Karten auf 4.30. Viel Spaß euch bei einem Heimo Schäfer auf der Weltkrankhose. Stand Nummer 34, das sind die Herren, die, wenn sie ein Karten hier haben, hier haben sie einen Abschlusspartner. Das sind die, die perfekte Kartenmögliche nachbauen und bauen kann. Stand Nummer 166. Sie haben einen guten Bewerbler, der mit dem ist der Fuß. Die Fahrt ist so und dann noch ein bisschen nicht hoch. Die Fahrt ist eben in der Seite. Sie kriegen das irgendwo unter uns, die wir anziehen. Und das ist immer gut. Der Fahrt ist auch immer auf der Seite ab. Dann geht es auch immer auf der Seite. Dann geht es auch immer auf der Seite. Das ist ein Wahnsinn. Der B10G6 war der erste Rad, der B10G6 war der erste Rad, der B10G6 war der erste Rad. Der B10G-Type hier in einer Nachbildung auf Basis des 6Ks, wenn man nahe kommt, sind wir bei British Racing Team Nummer 2, Kai Rosenberg. Die B10G-Type hier in einer Nachbildung. Der B10G-Type hier in der B10G-Type. Der B10G-Type hier im Auslander bis zum Auslander der B10G-Type. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020